Herzlich Willkommen bei Meißel TV. Heute sind zwei fette Meißel im Einsatz. Hier Rückbau vom alten Tunnel, Stadtbahn, um dort den neuen zu bauen. Schöpfung. Hier sehen wir die neuen Seitenwände. Und nachdem die B14 verlegt wurde auf die neue Rampe, kann die alte weg. Die alte Rampe ist gleichzeitig auch die Tunneldecke und auch die alte Stellendecke. Da wird jetzt massiv geknabbert und abgebissen. Geräte Und natürlich, wenn alles weg ist, dann muss die A23 erst mal gebaut werden. Also die Frage, ob man nicht geschwind hier das Eck abknabbern kann, das nützt natürlich nichts. Es muss ja darunter auch alles weg und das neue Fundament rein. Sollte Wie ist der eigentlich da runtergekommen? Ich bemerke das jetzt erst, dass er ja unten steht. Wahrscheinlich so viel Material rein, dass er runterfahren konnte. Ich bemerke das jetzt. Zutaten und Zutaten und Zutaten. danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal